Na ja, was soll's. Jo, ach nee. Watt'n Stress, weißt du, mit den Kindern hast du immer Stress. Ja, nehm ich. Na endlich mal Mucke, ja. For five, jo. La, 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 la. Da, da, da. Geil, oder? Mit der Brücke? Hammer, geil. Weil Nacht ist auch schon cool hier. Ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Nix Gutes. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich hab' versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay. Okay. Schließ ab und gib mir ne Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hm? Wie geht's dir? Vito. Da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Jo. Warum wohl? Oh. Ha, genau. Mit dem Auto hier? Hab'n Taxi genommen. In der Gegend will ich doch mein Auto nicht parken. Okay. Trink aus, wir gehen. Ja, wollt gehen? Okay, Marty. Ich lass' euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße. Wo sind denn meine Schlüssel? Entschuldigung, so leif, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen! Verschlucht! Ach, Scheiße. Ja, was soll jetzt noch passieren? Oder? Was soll der Scheiß? Du Vollidiot! Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul! Und schaff deinen versoffenen Arsch dir raus! Schon gut. Schon gut. Komm hier schon. Nix ist gut. Ach, der läuft hinten raus, okay. Mal kurz gucken. Ist hier irgendwas, was man mitnehmen kann? Mö. Wo ist denn die Schnapstrossel? Warum nehmen wir nicht mein Auto? Warum muss ich jetzt hier so eine Gurke nehmen? Hallo? Warum kann ich jetzt hier nicht einsteigen? Ach, muss ich den? Nö. Schließe die Tür. Kann ich mit dem hier irgendwas machen? Ach, Leiche. Oder, oder, warte mal. Zieh die Leiche. Ja, man sollte besser aufpassen. Ich weiß. Die hätten wir doch da liegen lassen können, oder? Hat er aber gut getroffen, ey. Bring Joe nach Hause. Ja, supi, ey. Oh, Mann. Komm ich hier rum? Ich warte hier. Da ist mir zu viel Polizei draußen. Langsamer, oder was hat der jetzt sozusagen? Oh, die. Oder das. Oh, ey, nur Stress hier, ist er. Nur Stress. Dun-dun-dun-dun-dun. Dun-dun-dun-dun. Ey Mann, Licht-unch- irritating. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ey Mann, life- assistir. Ist ja nicht meine Cover, ne? Wow, hat die Zuchtung. Wow, guck mal, hier 50 und, und 51. Alter, da zieht's dir die Falten aus dem Gesicht. Mensch, bergab schafft's auch 70. Naja. Ihr sehen, wie der ausgewiesen ist vorne? Lalalalalala. Schaukel, 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 putze hier. Gut, dass wir wohl nix mitgekriegt haben, ne? Boah, ich schaukelt ja gar nicht, ey. Wunder, dass er da noch nicht kotzen muss, ey. Boah, ich weiß nicht, wo's ganz ist, oder was? Immer rechts. Boah. Ja, die Blinker erkennst du wirklich super. Rote Blinker, bei roten Bremslichtern, Wahnsinn. Top Erfindung. Ich wundere mich, warum man das nicht beibehalten hat. So, gut, wir sind da. Wo pisst dich, du schnappst, Brotel? Schieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid, Fing. Hör mal, ja. Ruf mich morgen an, ja? Geh nach Hause. Geh erstmal ins Bett. Aber Moment mal, ich wollte hier eigentlich mal was gucken. Weil ich habe ja nur rausgefunden, dass man ja hier so eine Fahndungsbilder finden kann, ne? Dann würde ich eigentlich bloß mal gucken, ob es hier auch welche sind. Weil meistens sind ja die... Ja, ja, steigt wieder ins Auto. So, äh, versteckt irgendwo an der Hintertür. Oder hier so an seiner Wände. Hier ist er schon wieder ins. Ha! Damit man auch mal was sehen kann. Wisst ihr, hier, gucke, wer ist das? Morki Suczowski. Muss man den kennen? Sag mich nichts. Gut. Kannst mal sehen, haben wir noch ihn gefunden. Ich wusste das jetzt nicht, aber ich dachte, das ist immer so bei so einen komischen Ecken, Gassen. Da findest du immer. Irgendwas findest du immer. So, wer hat den Tempomat jetzt wieder ausgemacht? Bestimmt der da hinten drinnen liegt. Das ist aber auch eine Ecke hier. Hier kommst du nicht rum. Kommt immer ein Auto an die Schiffe. Gut, lass mich raten, wir dürfen jetzt den da hinten im Kofferraum beseitigen. So, sagt ich. Macht ja sonst keiner was hier. Und Schub. Wow. Diese Beschleunigung. Haut's mir weg. Nein. Ich muss hier mal kurz fliehen. Ich muss jetzt mal hier kurz abhauen. So, ich fahre jetzt hier so lange im Kreis, bis die Bullen wechseln. Ich mag Polizei nicht. Jedenfalls nicht hier in dem Spiel. Ja, ich muss halt bremsen. Alter, hier rührst du, wer? Komische Butze. Ach stimmt, hier muss ich ja hier verschrotten. Ich mach mal kurz wieder Tempomat an, weil sonst ist das Ding hier unberechenbar. Vor dem Wagen, die Schrottkasse. So, wo mach ich das Ding an? Oben. Ja, auch wiedersehen. Vor allem, ich habe jetzt 421 Dollar. Da soll ich nicht. Haha. Ist ja cool. Das ist ja eine Schrottfresse. Zack, Auto weg. Ist ja mal geil. Hier stehen Autos rum. Aber kein Auto, was ich suche. Und so ist ja. Und so wie ich erfahren habe, gibt es auch keine Hot Worts mehr. Ja, ich weiß, das ist sehr traurig jetzt, aber da müssen wir jetzt stark sein. Was ist denn da für Autos hier? Ich will nicht nach Hause laufen. Ich guck mal hier hinten, was hier so los ist. Mal gucken. Was ist denn das hier? Hier war ich noch nie. Hier sind die Bahnschienen. Das ist eine Brücke. Gibt es hier irgendwas außer Kohle? Hm. Sieht nicht so aus. Ja, ich weiß nicht. Hätten wir mir da jetzt auch einfach ein Auto klauen können? Hm. Hätten wir hier noch gepupst. Äh. Äh. Wo ist hier? Ach, da ist Polizei. Kann der mal weggehen? Ich war es nicht. Ich gehe schon. Okay. Kriege ich das schnell auf? So vor die Rüller? Okay. Und nach Hause. Das war eine essliche Karre. Fährt heute noch los? Warum bremst der hier? Das erklären wir jetzt mal einer. Leck du Penner. Da bleibt der mitten auf der Straße stehen hier. Ich glaube hier, wo es hackt. Oh, was ist das für ein Lied, ey? Ist ja zum Einschlafen hier. So. Hat man das nicht erst? Das gibt bloß drei Radios, wenn wir aufstellen. Na ja, das lassen wir lassen. Bis nach Hause reicht das. Passt. So. Dann sind wir ja gleich zu Hause. Ich muss doch hier gleich um die Ecke sein. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Boah, Leute. Bloß weil hier Stopp steht, heißt das nicht, dass du anhalten musst. Halt die Fresse. Oh, wie auch immer du heiß. So, komm, wir spielen jetzt Heikling hier. Da, 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 da. Ha. Boah, fast hier einen Ford verpasst. Gleich zu Hause. Yippie. Zu Hause. Nehme ich den? Also, nee, was nix kostet war. Gut. Dann würd ich mal sagen, guck mal ganz schnell hier hinten rum, ob hier noch irgendwas ist. Ey, Pool-Heiko. Ey, geil. Ich hab sogar einen Pool. Ich werd verrückt. Gut. Dann.